Das ist mein Mitarbeiter Thomas. Er ist gerade dabei, ein Report zur Trainingsorganisation zusammenzustellen. Gar nicht so einfach, wie Sie sehen können. Es kostet viel Zeit, die Zahlen und Fakten managementtauglich zusammenzustellen. Mit der Report UI für SuccessFactors geht das jetzt wesentlich schneller. Mit Suchfunktionen und Filtermöglichkeiten direkt im Bericht sowie Dashboards und Charts, die an unsere Bedürfnisse angepasst sind. Genau das, was ich für meine Entscheidungen brauche. Berichte waren noch nie so einfach.